Und er machte sich auf und kam von dann in die Örter des jüdischen Landes, jenseits des Jordans. Und das Volk ging abermal mit Haufen zu ihm, und wie seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermal. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach, Was hat euch Moses geboten? Sie sprachen, Moses hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch solches Gebot geschrieben, aber von Anfang der Kreatur hat sie Gott geschaffen, ein Männlein und Fräulein. Darum wird der Mensch seinen Vater und Mutter lassen und wird seinem Weibe anhangen, und werden sein, die zwei ein Fleisch. So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermal seine Jünger um dasselbe. Und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seinem Weibe und freiet eine andere, der bricht die Ehe an ihr. Und so sich ein Weib scheidet von ihrem Manne und freiet einen anderen, die bricht ihre Ehe. Und sie brachten Kindlein zu ihm, dass er sie anrührete. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah, war der unwillig und sprach zu ihnen, Lass die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt als ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer vorne vor, kniete vor ihn und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Du weißt ja die Gebote wohl. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden täuschen. Ehre deinen Vater und Mutter. Er antwortete aber und sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, Eines fehlt dir, gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber ward unmuts über der Rede und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, Wie schwerlich werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist es, dass die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander. Wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da sagte Petrus zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, so er verlässt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangelii willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind und die Ersten sein, die die Letzten sind. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf gen Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen und sie entsetzten sich, folgten ihm nach und fürchteten sich. Und Jesus nahm abermal zu sich die Zwölfe und sagte ihnen, was ihm widerfahren würde. Siehe, wir gehen hinauf gen Jerusalem, und des Menschensohn wird überantwortet, werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn verdammt zum Tode und überantworten den Heiden. Die werden ihn verspotten und geißeln und verspeien und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Jesus aber sprach zu ihnen, Könntet ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mitgetauft werde? Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, stehet mir nicht zu, euch zu geben, sondern welchen es bereitet ist. Und da das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobum und Johannem. Aber Jesus rief sie und sprach zu ihnen, Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen, und die Mächtigen unter ihnen haben Geweiht. Aber also soll es unter euch nicht sein, sondern welcher will groß werden unter euch, der soll euer Diener sein. Und welcher unter euch will der vornehmste werden, der soll aller Knecht sein. Denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Und sie kamen gen Jericho, und da er aus Jericho ging, er und seine Jünger und ein großes Volk, da saß ein Blinder, Bartimäus, Timmäis Sohn, am Wege und bettelte. Und da er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Und viele bedrohten ihn, er solle still schweigen. Er aber schrie vielmehr, Und Jesus stand stille und ließ ihn rufen. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, Und er warf sein Kleid von sich, stand auf und kam zu Jesu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Der Blinde sprach zu ihm, Jesus aber sprach zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsobald war er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Und da sie nah zu Jerusalem kamen, Genbet, Farge und Bethanien an den Ölberg, sandte er seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen, Geh ihr hin in den Flecken, der vor euch liegt, Und alsobald, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr finden ein Fühlen angebunden, auf welchem nie kein Mensch gesessen ist, Löset es ab und führet es her. Und so jemand zu euch sagen wird, Warum tut ihr das? So sprechet, der Herr bedarf seiner, So wird er es bald her senden. Sie gingen hin und fanden das Fühlen gebunden an der Tür, Draußen auf den Wegscheid und löseten es ab. Und etliche, die da standen, sprachen zu ihnen, Was macht ihr, dass ihr das Fühlen ablöset? Sie sagten aber zu ihnen, Wie ihnen Jesus geboten hatte, Und sie ließen zu. Und sie führten das Fühlen zu Jesu Und legten ihre Kleider darauf, Und er setzte sich darauf. Viele aber breiteten ihre Kleider auf den Weg. Etliche hieben Main von den Bäumen Und streuten sie auf den Weg. Und die vorne vorgingen, Und die hernach folgten, Schrien und sprachen, Hosianna, gelobt sei, Der da kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, Das da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und der Herr ging ein zu Jerusalem Und in den Tempel, Und er besah alles. Und am Abend ging er hinaus Genbethanien mit den Zwölfen. Und des anderen Tags, Da sie von Bethanien ging, Hungerte ihn. Und sah einen Feigenbaum von Ferne, Der Blätter hatte, Da trat er hinzu, Ob er etwas darauf fände. Und da er hinzukam, Fand er nichts, Denn nur Blätter, Denn es war noch nicht Zeit, Dass Feigen sein sollten. Und Jesus antwortete Und sprach zu ihm, Nun esse von dir niemand, Keine Frucht ewiglich. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen gen Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel, Fing an, Und trieb aus die Verkäufer Und Käufer in dem Tempel. Und die Tische der Wechsler Und die Stühle der Taubenkrämer Stieß er um, Und ließ nicht zu, Dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte Und sprach zu ihnen, Steht nicht geschrieben, Mein Haus soll heißen Ein Bethaus allen Völkern. Ihr aber habt Eine Mördergrube daraus gemacht. Und es kamen vor Die Schriftgelehrten Und Hohepriester, Und sie trachteten, Wie sie ihn umbrichten. Sie fürchteten sich aber vor ihm, Denn alles Volk Verwunderte sich seiner Lehre. Und des Abends Ging er hinaus vor die Stadt. Und am Morgen Ging sie vorüber Und sahen den Feigenbaum, Dass er verdorrt war, Bis auf die Wurzel. Und Petrus gedachte daran Und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, Der Feigenbaum, Den du verflucht hast, Ist verdorrt. Jesus antwortete Und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, Ich sage euch, Wer zu diesem Berge spreche, Hebe dich Und wirf dich ins Meer Und zweifle nicht In seinem Herzen, Sondern glaubte, Dass es geschehen würde, Was er sagt, So wird es ihm geschehen, Was er sagt. Darum sage ich euch, Alles, was ihr bittet In eurem Gebet, Glaubet nur, Dass ihr es empfangen werdet, So wird es euch werden. Und wenn ihr stehet und betet, So vergebet, Wo ihr etwas wieder jemand habt, Auf das auch euer Vater Im Himmel euch vergebe, Eure Fehler. Wenn ihr aber nicht vergeben werdet, So wird euch euer Vater, Der im Himmel ist, Eure Fehler nicht vergeben. Und sie kamen aber mal Gen Jerusalem. Und da er in den Tempel ging, Kamen zu ihm die hohe Priester Und Schriftgelehrten Und die Ältesten Und sprachen zu ihm, Aus was für Macht Tust du das? Und wer hat dir die Macht gegeben, Dass du solches tust? Jesus aber antwortete Und sprach zu ihnen, Ich will euch auch Ein Wort fragen. Antwortet mir, So will ich euch sagen, Aus was für Macht Ich das tue? Die Taufe Johannes, War sie vom Himmel Oder von Menschen? Antwortet mir! Und sie gedachten Bei sich selbst Und sprachen, Sagen wir, Sie war vom Himmel, So wird er sagen, Warum habt ihr Ihn denn nicht geglaubt? Sagen wir aber, Sie war von Menschen, So fürchten wir uns Vor dem Volk. Denn sie hielten alle, Dass Johannes Ein rechter Prophet wäre. Und sie antworteten Und sprachen zu Jesu, Wir wissen es nicht. Und Jesus antwortete Und sprach zu ihnen, So sage ich euch auch nicht, Aus was für Macht Ich solches tue. Bedenke, Was im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, Da wird man die gesunde Lehre Unerträglich finden Und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen. Von der Wahrheit dagegen Wird man die Ohren abkehren Und sich den Fabeln zuwenden. Es ist der Unglaube, Der das Gute und Richtige verdreht, Verzehrt und verspiegelt. Es ist der Glaube an den Weg, Die Wahrheit und das Leben, Der Einheit, Freiheit und Frieden ermöglicht. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit,